hallo und herzlich willkommen auf kaliber 80 leute hier ist es 100 profis pack leute müsste was raus springen ich hoffe dass da was raus springt da wird auf jeden fall genug futter rausspringen das schon mal ganz okay viel last dafür nicht ausgeben müssen 84 und 83 team deswegen sollte man sowas mitnehmen das bringt bestimmt ein zwei gute spiele raus zumindest 84 auf 84 hoffe ich leute wenn euch das video gefällt bitte liken bitte abonnieren und die glocke aktivieren so jetzt öffnen wir mal die grütze die baller 86 ist schon mal gut und zwei walkouts sind gerade zu sehen leute zwei walkouts sind zu sehen hoffentlich ist dahinter auch noch was gescheites aber natürlich zwei in forms wieder leute diese packs lohnen sich zwei in forms zwei walkouts und reichlich 84 83 richtig nice leute das pack lohnt sich ich kann es euch nur empfehlen und das geilste an der ganzen geschichte ist okay paar duplikate habe ich aber echt nicht viel lohnt sich das pack lohnt sich leute nimmt das ding mit es ist richtig geil leute ich sage schon mal danke fürs reinschauen bis zum nächsten mal ciao ciao